Kennt ihr schon den neuen Dating-Trend für 2023? Laut der Dating-App Bumble ist Wanderlove dieses Jahr total angesagt. Doch was hat es damit auf sich? In einer groß angelegten Umfrage haben weltweit 14.300 Bumble-UserInnen Fragen zu ihrem Dating-Verhalten beantwortet. Das Ergebnis? Jede dritte Person hat angegeben, wieder mehr reisen zu wollen und offener dafür zu sein, Beziehungen mit Menschen einzugehen, die in einer anderen Stadt leben. Der Grund für diesen Trend hängt mit der Corona-Pandemie zusammen. Inzwischen können viele Menschen nämlich deutlich flexibler oder aus dem Homeoffice arbeiten. Laut dem Wanderlove-Trend lassen sich deshalb immer weniger Menschen davon abschrecken, jemanden zu daten, obwohl man Jobs in unterschiedlichen Städten oder sogar Ländern hat. Schließlich können viele von überall aus arbeiten. Wanderlove steht also für grenzenlose Liebe. Finden wir super! 3. 3. 5. 5. 6. 6.